Tastatur und Maus? Check! Monitor? Check! Aber wo kommt eigentlich das her was wir gerade hier sehen? Das kommt hierher. Das hier ist ein nicht mehr ganz frisches Samsung Galaxy S22 Plus und das hier ist DeX. Die Samsung Desktop Experience oder kurz DeX gibt es schon seit einigen Jahren in vielen Samsung Geräten. Kaum niemand erinnert sich aber dran. Dieses Feature ist sogar so vergessen, dass Frank bei einem Samsung Event letztens folgendes gesagt hat. Das Ganze sieht dann im Prinzip fast aus wie ein Windows oder ein Chrome OS. Das hat mich eben tatsächlich schwer begeistert. Also ich war selber erstaunt, wie gut das mittlerweile aussieht und funktioniert. Also haben wir das zum Anlass genommen, einmal genauer hinzusehen. Wie gut ist DeX mittlerweile geworden? Mit der Präsentation des Galaxy S8 hat Samsung gleichzeitig DeX vorgestellt. Eine eigene Benutzeroberfläche, mit der ihr Android-Apps auf dem großen Bildschirm darstellen könnt. Das einzige, was ihr damals dafür gebraucht habt, war dieses schmucke DeX-Doc, das beim Kauf eines Samsung Galaxy nochmal oben drauf kam. Kein Wunder also, dass damals nicht so viele auf den DeX-Zug mit aufgesprungen sind. Inzwischen ist die Einrichtung deutlich einfacher. Wenn ihr ein aktuelles Samsung Galaxy Tab S habt, einfach auf den DeX-Button in den Schnelleinstellungen tippen, am besten noch ein Tastaturcover anschließen. Fertig? Viel Spaß! Mit einem USB-Typ C auf HDMI-Kabel könnt ihr Fernseher und Monitore anschließen. Und wenn ihr ein Miracast-fähiges Gerät habt, geht das auch drahtlos. Fehlt natürlich jetzt Maus und Tastatur. Wenn ihr nur einen Zeiger braucht, könnt ihr dafür den Touchscreen eures Smartphones verwenden. Ihr könnt sogar mit euren Windows-Claptops Samsung DeX aus der Ferne verwenden. Und was könnt ihr dann mit DeX machen? So ziemlich alles, was ihr auf Android machen würdet, nur eben mit einem Fensterinterface und auf einem großen Monitor. Einer der wahrscheinlich offensichtlichsten Use-Cases, Fotos und Videos, die ihr mit eurem Samsung-Smartphone geschossen habt, wollt ihr auf einem großen Fernseher ansehen. Dafür reicht dann ein Adapterkabel, DeX öffnen und mit dem Smartphone-Display als Trackpad durch die Gallery navigieren. Viele Anwendungen sind in den letzten Jahren ja eh schon in die Cloud oder sogar in den Browser gewandert. Wenn ihr auf einem halbwegs großen Display ein Dokument bearbeiten wollt, sei es nun in der Microsoft 365 Cloud oder ein Google Doc, braucht ihr dafür keinen PC oder Laptop. Ein Samsung-Gerät mit DeX reicht. Zugegeben, ein Galaxy Tab macht da aufgrund des simpleren Setups eine deutlich bessere Figur. Und wo wir gerade im Browser waren, surfen geht natürlich auch. Wenn ihr euch also gerne die ein oder andere Stunde mit Recherchen um die Ohren schlagt, Chrome in der einen Ecke geöffnet, YouTube in der anderen, funktioniert das auch. Und auch klassisches Multitasking mit mehreren Fenstern könnt ihr mit DeX erledigen. Allerdings mussten wir einige Einschränkungen feststellen. Mehrere Fenster der gleichen App gehen nicht, also zum Beispiel zweimal Chrome nebeneinander. Irgendwie bauen sich Seiten auch sehr gemächlich auf. Häufig öffnet sich die mobile Version einer Website und bei der Wiedergabe von Videos sehen wir gelegentlich Mikrohuckler. Und das ist etwas, was die Experience doch ein bisschen trübt. Auch wenn das System funktioniert, es fühlt sich irgendwie nicht so ganz snappy an, wie man es etwa von den Top-Smartphones von Samsung gewohnt ist. Das kann aber auch an dem nicht mehr ganz so taufrischen S22 Plus gelegen haben, mit dem wir das ausprobiert haben. Es ist auch nicht jede App darauf ausgelegt, mit Tastatur und Maus bedient zu werden. Gut möglich, dass ihr dann mit der Maus ein paar Wischgesten nachahmen müsst, wenn ihr die ein oder andere App richtig nutzen wollt. Und noch ein Manko, DeX geht grundsätzlich aus irgendeinem Grund bei jedem Monitor von einem Seitenverhältnis von 16 zu 9 aus. Solltet ihr also einen 16 zu 10 Monitor anschließen, der also etwas höher ist, wird das Bild zurecht gestreckt. Das sieht unschön aus. Also, was ist unser Fazit? Zugegeben, unser Konstrukt hier mit Monitor, Dock, Tastatur und Maus wird man selten in der Form einfach so dabei haben. Deshalb können wir für Galaxy-Smartphones keine pauschale Empfehlungen aussprechen, wenn ihr so ein Setup nicht noch für andere Geräte einfach so rumstehen habt. Aber wenn ihr ein Samsung Galaxy Tab S habt, fehlt eigentlich nur ein Tastaturcover, um euer Tablet zu einem nutzbaren Laptop umzubauen. Und falls ihr das schon mal gemacht habt, schreibt doch einfach in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit DeX sind. Unser erster Eindruck ist auf jeden Fall ein positiver.